Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 10. Februar. Was Wiesbadens Händler über die Innenstadt denken, ein Hund stirbt an einem Giftköder und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Was muss sich ändern, um die Attraktivität der Wiesbadener Innenstadt zu erhalten? Genau das in den Blick genommen haben Forscherinnen und Forscher der Uni Mainz und die Ergebnisse in die Studie Wiesbadener Innenstadt im Wandel eingearbeitet. Wie schon bei der Passantenbefragung zeichnen die Autoren auch hier ein in großen Teilen positives Bild der Wiesbadener CD, wenngleich sich die Sichtweise der Gewerbetreibenden in so manchen Einzelfragen doch deutlich von der ihrer Kundschaft unterscheidet, auch jenseits von Corona. Ein Unterschied zeigt sich beim Thema Verkehr. Während die Passanten sich mehr Verkehrsberuhigung wünschen, zeigt man sich im Kreise der Gewerbetreibenden deutlich zufriedener mit der aktuellen Situation auf den Straßen. So positiv ist der Blick aber nicht auf alles. 53% der befragten Geschäftsleute gaben an, schon vor der Corona-Pandemie eine sinkende Attraktivität des Einkaufsstandorts, weniger Kundenfrequenz und eine Uniformierung des Ladenmixes wahrgenommen zu haben. Auch die hohen Mieten für Ladengeschäfte und die Sauberkeit in der Innenstadt wurden häufig als sich negativ entwickelnde Aspekte der Innenstadt ausgemacht. Mehr als die Hälfte der Befragten berichtete außerdem von einem Umsatzrückgang von mindestens 25% wegen Corona. Seit gut einer Woche haben die Arbeiten an der Eisenbahnüberführung in der Berliner Straße im Stadtteil Erbenheim begonnen. Innerhalb von rund zehn Monaten soll die dortige Brücke modernisiert werden. Doch das ist bei weitem nicht alles, was in diesem Jahr auf oder eher an der Trasse der Ländchesbahn passiert. Denn vom Sommer an sollen nach den aktuellen Planungen der Deutschen Bahn die Bahnhöfe Auringen-Medenbach, Iggstadt und eben auch Erbenheim barrierefrei aus- und umgebaut werden. Am Haltepunkt Erbenheim gibt es da aber einen Knackpunkt in den Planungen der DB, sagen einige Vereine. Denn diese befürchten, dass durch die anstehenden Umbaumaßnahmen, die Schausse, die Ländchesbahn zu einer Verkehrsachse mit der Attraktivität einer S-Bahn zu entwickeln, verbaut wird. Wir bleiben in Wiesbaden. Unzureichende Informationen, überfordertes Personal und zu wenig Unterstützung für die Patienten, die zwei Wiesbadener Patientenfürsprecher machen in ihren Berichten an den Städtischen Gesundheitsausschuss deutlich, wie der Alltag in Kliniken auch 2021 durch die Pandemie geprägt war. Und sie beschreiben, wie sich das auf Patienten und Angehörige auswirkte, aber auch auf ihre eigene Arbeit. Thema bei den Patienten sei immer wieder nicht ausreichende Sauberkeit und Hygiene in den Zimmern und Sanitärbereichen gewesen. Bei der Verpflegung wurde teilweise gemeldet, dass zu wenig Rücksicht auf Patienten genommen wurde, die Essen nicht selbst zerkleinern oder zu sich nehmen konnten. Vieles ist der Überlastung des Pflegepersonals geschuldet, so der Fürsprecher. Aber auch dem Besuchsverbot, denn Angehörige hätten solche Probleme in der Vergangenheit teilweise aufgefangen. Ein einjähriger Hund ist gestorben. Laut Polizei hatte der Chihuahua offenbar zuvor einen Giftköder verspeist, der im Feld im Bereich Hofgut Amada in Frauenstein von unbekannten Tätern ausgelegt worden war. Die 22-jährige Besitzerin war mit ihrem Chihuahua am Nachmittag im Feld spazieren, als der Hund kurz zurückblieb und etwas kaute. Zunächst habe sich die Hundehalterin nichts dabei gedacht, berichtet die Polizei. Kurze Zeit später verstarb der kleine Hund jedoch noch auf dem Spaziergang. Die verständigte Polizei stellte eine mutmaßlich präparierte Fleischfrikadelle sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Wir bleiben beim Thema Tiere. Vor nicht allzu langer Zeit mussten Impfwillige noch Geduld haben, bis sie an ihre Corona-Impfung kamen, denn der Impfstoff war knapp und Termine begehrt. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich entspannt. Allerdings nicht überall. Derzeit sind es die Tierärzte, die die Besitzer ihrer Patienten um Geduld bitten müssen. Seit Monaten kommt es bei Impfstoffen immer wieder zu Engpässen, sagt Astrid Bär, die Sprecherin des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte in Frankfurt. Vor allem Impfstoff für Katzen sei ein rares Gut, aber auch bei anderen Kleintieren wie zum Beispiel Kaninchen sei häufig nicht genug Impfstoff verfügbar. Weniger angespannt ist die Lage nach Auskunft der Tierärztin bei Vakzinen für Hunde. Fahndet man nach den Gründen für den Mangel, wird schnell deutlich, die Corona-Pandemie wirkt sich auf die Lieferketten aus und drosselt die Produktion. Dem gegenüber steht eine gestiegene Nachfrage nach den Tierimpfstoffen. Den Herstellern zufolge werde es aber noch einige Zeit dauern, bis sich die gesamte Marktsituation stabilisiert. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Das Robert-Koch-Institut hat einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Der Wert liegt am Donnerstagmorgen bei 1.465,4. Das RKI meldete außerdem 247.862 Neuinfektionen. Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen, sodass sie nicht in die offizielle Statistik einfließt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 238 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt erneut und liegt nun bei 6,02. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadenerminuskurier.de. Das war die heutige Ausgabe von Gude Wiesbaden, unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis. Hört euch aber auch gerne mal unseren Podcast Rheingehört der Wiesbadener Volontäre an. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der...